Ja klar, wenn ich nachts nicht schlafen kann oder sowas, dann gönne ich mir schon so einen Liter Cola. Komischerweise kann ich danach auch irgendwie nicht so richtig schlafen, aber ich fühle mich irgendwie ruhiger. Ich liege halt im Bett mit offenen Augen, aber bewege mich keinen Zentimeter, das ist so für zwei, drei Stunden. Aber ist halt schon ein geiles Gefühl. Weißt du, aber trinken bei dir auf der Uni eigentlich auch eine Lotte Club-Mate? Klar, das ist das Getränk der Hippies. Äh, sagst du, der Hipster? Der Studenten. Junge, die Challenge hier geht mir voll auf den Sack. Sag mal, weißt du, wenn einer von euch auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben mit offenen? Woher? Äh, um halb vielleicht so? Und das ist jetzt 21, also wir haben gerade mal eine halbe Stunde oder so gezockt. Ja. Das ist neun Uhr, Junge. Ja, hab ich ja gesagt. Neun Uhr. Ich dachte, du meinst neun Uhr, 21. Ne, ne. Oh, das haben wir den gemacht, Alter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen greedier. Jetzt will ich den auch machen. Ja, spring mal weiter. Oh, den gemacht? Der hab ich zum Beispiel 50 Mal gemacht. Ja, ich hab den noch nicht gemacht, Alter. Der Vierer ist der Schwierig. Hä, ich komm an den nicht dran, Mann. Oh, das kotzt mich so an das Spiel. Aber jetzt wird Alexander nämlich auch versagen wieder. Aber spring an die Leiter, wie gesagt, alles genau. An die Leiter. Ja, du kommst nicht obendrauf. Ja, doch, du kommst nicht mit einfach obendrauf. Aber danach hab ich ihn an die Leiter gesprungen. Also ich glaube, es ist sicherer, wenn man seitlich dran versucht, dran zu springen, oder? Ja, ja, ist es so. Ich glaube nicht, dass man draufkommt. Das schaffst du. Das schaffst du. Ja, doch, du kannst auch auf seinen Vierer. Du kannst ja drauf springen. Ja, aber ich weiß nicht, wie das auf Leitern ist. Durch die Wand irgendwie, dass du trotzdem reibst. Ne, du kannst einen Vierer springen auf Leitern. Relativ sicher. Ja, mach's doch mal bitte, Liren. Zeig uns mal, wie es geht. Ja, hab ich doch schon gemacht. Um Hadi hier zu zitieren, ich hab's aufs Band. Ja, ich weiß, du warst schon da hinten, ne? Aber ich schaff den hier einfach nicht. Ich weiß nicht, irgendwie. Ach, ja, erstes Mal gemacht. Wuh! Endlich. Was bist du denn für eine Missgeburt, ey? Jetzt könnte ich ihn mal so runterschlagen, aber ich... Nee, lass mal lieber. Boah, Junge, der sieht so gigabyte aber noch aus. Alter. Du siehst einfach den Leiter nicht mal richtig, ne? Junge, Mann. Boah, jetzt kann ich dir aber richtig gut zusehen für die Zuschauer. Okay, komm. Wie mach ich den jetzt am besten? Wie mach ich den jetzt am besten? Gar nicht am besten. Entweder du springst den als ganz normalen Vierer, dass du richtig übel spät abspringst, du musst halt richtig geil perfekt springen, oder du versuchst an die Leiter, was auch nicht wie einfacher ist, weil du halt einen kleinen Bogen springen musst und schifft und du musst halt übelst rumreißen und so. Ja, genau. Fick dich, Liam. Was ist denn das jetzt für einer? Drei um eine Hüt? Wenn jetzt falle ich runter? Hoffentlich, ey. Oh, Mann, warum so eine Assisprünge, ey? Ich hab mich grad so gefreut, dass ich den hier gemacht habe, ey. Wieso hab ich das gemacht, ey? Ich war an der Leiter, ich bin seitlich runtergeglitscht, Mann. Boah, der tat jetzt ein bisschen im Hals wieder, der Giger-Schrei. Okay. Oh, Mann, ey. Ey, was ist das für ein Raum, Mann? Der hat doch ger... Dem-Dem! Hä? Was ist denn da eigentlich so schlimm gewesen? Weiß ich auch. Ich hätte auch Christensauen sagen können. Oh, und dann? Oh, Junge, jetzt halt auch immer die Fresse und muss jetzt auch raus schneiden. Hey, musst du gar nicht. Du was, Lem? Ich meine, wenn du es rausschneidest, dann siehst du ja den Begriff Müde als Beleidigung an. Ja, keine Arme. Die ist mir halt scheißegal. Das waren alle, ähm... Nee, du Hindu, du, das fehlt auch noch. Ja, echt, Mann, du... Buddhist. Pastafari. Alter, es kotzt mich so an, ne? Ich werde die Challenge, glaube ich, aufgeben. Ich auch. Als ob. Das wäre die erste Challenge, glaube ich, die du aufgeben hast. Nein. In der ganzen Klinik. 500, 500 Jumps to Success. Hat er schon mal. 500 Jumps to Success? Ja, der habe ich auch nicht ganz gemacht. Stimmt schon, alles dann auch. Ach, stimmt, ich erinnere mich sogar noch an was. Das habe ich sogar selber gemacht. Ich erinnere mich. Als ich Jungen war. Ich bin schon wieder beim Scheiß-Vierer, Mann. Oh, der ist so knackig. Einfach nur, komm, ich will den nochmal machen. Bitte. Der ist knackig. Wenn es einen Minecraft-Guard gibt, dann stehen wir jetzt bitte bei, du Wixer. Ja, du Juni, du bist so ein Wichser, einfach nur ohne Wichser. So ein Wichser und sag schon die Quittung. Ne, es war im Pfeil schon. Aber ich bin's rapide, ey. Ah, die Challenge ist verdammt scheiße. Ich weiß, ich habe auch irgendwie nicht so die Lust irgendwie darauf, die noch länger zu machen. Nein, nein, Liga, du machst das nicht. Ja, du bist so ein Hach. Ich habe es schon verwirrt, ich habe es schon bewirrt, ich habe mich schon beeindruckt. Und dann dachte ich so, ne, dann fahre ich wegen Nervosität runter. Hätte ich den einfach gemacht, ne. Was wäre danach noch gekommen? Ein Dreier, ein Dreier? Da kommt schon auch was, ne. Der habe ich versaut. Geh dann da raus, das schafft man, das schafft man. Dann kommt der, der schafft man auch. Ah, hier am Anfang ist es schon irgendwie noch das Schwerste, oder? Ja. Man, der Vierer ist schon verdammt krass. Der Vierer ist schon der Schwerste, das stimmt schon. Weil, du Arschwotze. Bitte? Was hast du gesagt, Abstando? Dass du eine Arschwotze bist und dass morgen Favorite kommt, ne? Echt? Cool. Kommt jetzt zu dir. Alter, ey, ich spritze gar keinen Bock mehr abzuspringen, dieser Wichser, Mann. Abzuspritzen. Ey, ich war schon wieder bei 4. Ich schaffe jetzt jedes Mal richtig smooth da hin, aber ich kriege den nicht mehr hin. So ein Arschgeburt. Es ist echt ein bisschen doof, leider. Ich würde die Challenge schon gerne machen, aber... Ich glaube echt nicht, ey. Soll ich... Get yourself the double cheeseburger. Jungen, jetzt auch nochmal die fressen in diesem komischen Was-Weiß-I-Was. Das ist ein geiles Lied, und das weißt du auch. Sing lieber Pon Pon. Das heißt Pon Pon Pon. Pon Pon Pon. Ich kann das nicht singen, das ist chinesisch. Das ist asiatisch. Ja, muss man hier... Das ist so... Das ist okay. Wemes Freundin, ich soll das sagen. Ja, ja. Wemes Freundin, Mann. Panna. Oh, ich hab ihren Namen seit 2 Monaten oder sowas das erste Mal wieder gesagt. Witzig. Witzig, witzig, witzig. Ey, Jungen, jetzt möchte ich das! Witzig, gleich mal, ey! No. Noch einmal darunter glitscht, wie deine fette Mutter. Oh, dein... No. Jungen, ich war so kurz davor, Mann. Ich war so kurz davor. Jungen, ich lass einen von euch das schneiden, wenn ich fixe was da... Jungen, was kann... Was denn? Ich nehm schon auf. Ich hab schon die meiste Arbeit. Ja, aber ich hab den... Ich stell den Server, ey. Also, bitte, ja? Alles andere, bitte, ey. Ohne Scheiß, Mann. Ich erfahre doch hier sowieso runter. Das ist echt so, Mann. Hier fällt man eh runter. Der Sprung ist einfach irgendwie manchmal machbar, manchmal nicht. Ich versteh's nicht. Der Sprung ist echt nekrophil. Das muss ich mal zugeben. Ich beweg mich so bei jedem Sprung einfach so mit, ne? Blöde Sau, du. Bei mir ist grad echt eingefallen, dass eigentlich... Könnte einer von euch wirklich die Audio-Datei schneiden. Nö. Du kannst auch lassen. Ja. Ist dein scheiß YouTube-Channel. Echt so, ey. Stimmt, und ich krieg noch die ganze Kohle. Ja. Ist so. Schuldet mir eh noch alle, weil es 20.000 Euro ist. Nö. Ich hab nen Gutschein. Ja, ja. Das war ein Monat. Ja, wir spielen doch erst an einem. Ja, aber davor muss ich... Ja, ich hab ihn aber schon gleich neu gebucht, Mann. Nö. Ich hab auch keinen Scheiß, Alter. Alter, ich komm jetzt gar nicht mehr. Jetzt guck ich erstmal Liam zu, wie er den Zierer verkackt. Liam. Du kleiner Spargel-Tazan. Ich mach jetzt den Mod an, dass bei mir die Zeit... funktionieren. Ey, du Blöde! Du müsstest ja die Zeit wirklich langsamer laufen, ob das für euch noch richtig aussieht. Ja, ja, ja.